Heute für euch, warum Hermine Granger so mächtig wie Lord Voldemort hätte sein können. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Ich bin sicher, du hast den Titel dieses Videos gesehen und gedacht, okay, der Typ hat definitiv den Verstand verloren, wenn er ein Video darüber macht, wie Hermine Granger mächtiger werden könnte als Lord Voldemort. Aber ja, ich habe ein Video dazu gemacht und ich habe ein paar wirklich gute Argumente dazu rausgesucht. Also, wie könnte Hermine Granger sogar mächtiger werden als Lord Voldemort? Nun, sie sind sich eigentlich ähnlicher, als manche denken könnten, der ihre getriebenen und ehrgeizigen Persönlichkeiten der Schlüssel für Voldemorts Aufstieg zur Macht, so wie Hermines akademische und magische Errungenschaften waren. Nur weil wir nicht gesehen haben, wie Hermine die Höhen der Macht erreicht hat, die der für sie unerreichbar war. Es ist bestimmt sicher zu sagen, dass ich nicht der Erste bin, der einen Vergleich zwischen Hermine und Lord Voldemort in Bezug auf ihre Herangehensweise der Beste zu werden angestellt hat und einfach ihre allgemeine Einstellung zum Leben. Aber um tatsächlich ihre Ähnlichkeiten zu beweisen und dass Miss Granger tatsächlich eine solche Macht erreichen könnte, müssen wir uns eigentlich anschauen, was sie voneinander trennt. Wie viele von euch vielleicht wissen, gab es Spannungen zwischen Reinblütern und Muggelgeborenen und sogar Muggeln seit Jahrhunderten. Nun ja, in späteren Zeiten waren sie eher einseitig. Reinblütige magische Menschen fühlten, dass die Magie nur ihnen gehören sollte und nicht mit anderen Rassen geteilt werden sollte. Das Verhältnis von Muggeln zu Zauberern war etwa 5 zu 1 oder möglicherweise sogar noch mehr. Es ist also klar, wer die Arbeitskraft hatte, wenn die Dinge sich zuspitzen würden. Was ursprünglich als Schutz der magischen Rasse und als Erhaltung einer gesunden Bevölkerung gedacht war, wurde bald zu einem rassisch motivierten Krieg, in dem eine große Mehrheit der Zauberer die Ansicht vertrat, dass es nicht die schlechteste Idee sei, wenn die Vermischung von Magischem und Muggelblut auftreten würde. Die Reinblüter jedoch waren der Meinung, dass es dadurch dazu kommen würde, dass die magischen Blutlinien gefiltert oder verwässert werden würden und die Reinheit der Magie und damit die Macht der Magie selbst schwächen würde. Diese Theorie wurde sehr lange geglaubt und wird heute noch von einigen, sogar Horace Slughorn selbst geglaubt. Er teilt seine Überraschung darüber mit, wie Muggelgeborene Schüler sich in seiner Klasse hervorgetan haben, trotz ihres Geburtsstatus. Harrys Mutter Lillipotter war eine von ihnen. Die Wahrheit ist, dass es nicht die Menge an magischem Blut war, die ausschlaggebend war. Es ging nur um das magische Gen. Entweder man hatte es oder man hatte es halt nicht. Es gab kein bestimmtes Maß an Macht, das man durch reines Blut im Vergleich zu Halbblut oder sogar zu Muggelgeborenen erhalten konnte. Dies wird durch die Existenz von reinmütigen Scripps bewiesen, die mit einem schlafenden Gen bei Muggelgeborenen geboren wurden, das über Generationen hinweg inaktiv war und dann bei einem normalen Muggelkind erweckt wurde. Dies führte zu dem lächerlichen Glauben, dass sie die Magie irgendwie gestohlen haben. Ich denke, dass die Reinblutsupremisten wussten, dass die Reinheit des Blutes keinen Einfluss auf die magische Kraft des Einzelnen hatte. Aber es war das, worauf sie ihre gesamte Kampagne aufbauten, um die zaubernde Welt zu reinigen. Nun, wie ich bereits sagte, muss ich auf jeden Fall Voldemort und Hermine trennen. Und das aus einem bestimmten Grund. Denn auch wenn Voldemort ein Halbblut war, bedeutete es immer noch, dass er das Blut eines Zauberers in sich hatte, während Hermine das nicht hatte. Deshalb waren Muggelgeborene so verpönt. Dann kommt Hermine und es stellt alles auf den Kopf, indem sie sich zur Klassenbesten in allem macht. Sie ist besser, klüger, magischer, geschickter und talentierter als jeder in ihrem Jahrgang, nicht nur in ihrer Klasse. Das ist nicht gut für die Reinblütigen. Interessanterweise ist Hermine eine potenzielle Bedrohung für alles, was die Reinblüter repräsentieren, weil sie nach deren Überzeugung nicht in der Lage sein sollte, auch nur die Hälfte der Dinge zu tun, die sie tun kann. Es ist ziemlich peinlich für sie, dass eine Stimme, die ohne magische Eltern geboren wurde, die magische Fähigkeit besitzt, jeden Reinblütigen in ihrem Jahrgang zu übertreffen. Außerdem habe ich in mehreren Foren und sogar in meinem eigenen Kommentarbereich zu früheren Hermine-Videos gelesen, dass einige Fans glauben, sie sei nicht wirklich so klug und dass alles, was sie wusste, gelernt und auswendig gelernt war. Ich persönlich denke, dass das lächerlich ist. Hermines Fähigkeiten und Talente kamen von ihrem Wunsch, die beste zu sein, die sie sein konnte, etwas, das sie mit Voldemort teilte. Sie wollten beide an die Spitze gelangen, aus unterschiedlichen Gründen natürlich. Ich glaube auch, dass Hermine eine Art fotografisches Gedächtnis hatte und ihr Wunsch nach Wissen sie wirklich über alles andere und jeden anderen hob. Sie wollte die Zeit umdrehen, damit sie keinen ihrer Kurse verpassen musste, auch wenn sie nicht so viel Spaß an Wahrsagerei hatte. Ich möchte auch nicht, dass dies ein Vergleichsvideo wird, in dem ich hin und her wechsle zwischen Hermine und Voldemort und alle ihre Ähnlichkeiten aufzeige. Ich möchte mich darauf konzentrieren, was Hermine zu bieten hat, was zeigt, wie großartig sie sein könnte. Die ersten Anzeichen waren immer da. Was sie jedoch nicht wollte, war die Macht selbst, was sie zur perfekten Kandidatin für Größe machte. Sie begehrte nur Wissen, was ihr wiederum einen besseren Überblick über die Macht gab. Ich denke, es spiegelt sowohl Voldemorts als auch Dumbledores Fehler wider, da sie nur einen Aspekt sahen. Es dauerte nicht lange, bis Hermine begann, Einfluss außerhalb des Klassenzimmers zu haben. Sie rettete Harrys und Rons Leben unzählige Male, mindestens einmal im Jahr oder tat etwas, um ihnen zu helfen. Sie war immer die Person, an die sie sich wenden konnten, wenn sie eine Antwort finden wollten. Es gab keinen Zauberspruch, den sie nicht beherrschte, jedenfalls fast keinen. Selbst Draco Malfoy wurde auf sie aufmerksam, was ihn bei einer Muggelgeborenen sehr überrascht hat. Die Sache ist die, dass Hermine zu dieser Zeit keine Ahnung von den Veränderungen hatte, die sie durchmachte und dass sie die hellste Hexe ihres Alters werden würde. Tatsächlich war sie bahnbrechend, da niemand so auffällig war wie sie. Sie zerstörte im Alleingang das Stigma, dass Muggelkrieger weniger stark und weniger talentiert seien als Reinblüter. Ich denke, das wird am besten in der Kammer des Schreckens dargestellt. Die Szene im Film, in der Lucius Malfoy Harry zum ersten Mal trifft und bereits weiß, wer Hermine Granger ist, deutet darauf hin, dass er sie vielleicht als potenzielle Bedrohung betrachtet, besonders nach dem, was Draco seinem Vater erzählt hat. Während einige von euch vielleicht glauben, dass sie denselben Weg wie der dunkle Lord hätte einschlagen müssen und dunkle Magie studieren hätten müssen, ist dies nicht ganz der Fall. Sie wusste zwar über dunkle Magie alles aus allgemeiner Forschung, aber sie hat die Zauber nicht angewendet, wenn sie sich bereits ihrer Existenz bewusst gewesen wäre. Sie wäre niemals böse geworden, meiner Meinung nach, weil sie einfach kein böses Herz hatte und nicht auf solche Sachen reingefallen wäre. Elbis Dumbledore ist das beste Beispiel dafür, dass Voldemort ihn mehr als jeden anderen fürchtete, selbst ohne dunkle Zauber und Hermine war ähnlich. Man kann sagen, was man will über das verwunschene Kind. Es ist nicht jedermanns Lieblingsgeschichte und sicher auch nicht meine, aber eine Sache, die sie richtig macht, ist Hermines Rolle als Zaubereiministerin. Ich glaube, das war ihre Bestimmung. Sie ging den entgegengesetzten Weg von Lord Voldemort. Jeder erwartete große Dinge von ihm, eine glanzvolle Karriere im Ministerium, aber er suchte etwas anderes. Horace Lackhorn sogar sagte einmal, dass er einmal Zaubereiminister werden würde. Hermine war im Grunde genommen alles, was Voldemort hätte sein sollen oder hätte sein können. Ich denke, was die beiden auszeichnet ist, dass keiner von ihnen reinblütig war und trotzdem die Dinge erreicht haben, die sie taten. Das Enttäuschende daran ist, dass es 19 Jahre einer Karriere gibt, die derzeit ungeschrieben sind. Also werden wir nie wirklich das Ausmaß von Hermines Errungenschaften erfahren, jedenfalls nicht das Ganze. Aber aus meiner Perspektive und meinem Blickwinkel glaube ich, sie hätte definitiv genauso mächtig werden können, wenn nicht sogar noch mächtiger als Lord Voldemort. Und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.